Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Albion. So, wir hatten einen Farbcode, ne? Also vier Zeilen. Ich hoffe, dass das jetzt alle vier Zeilen waren. So, da fängt immer links mit hellblau an und endet rechts mit dunkelblau. So, und jetzt werde ich einfach mal versuchen, den Farbcode zu machen, wenn man die von links nach rechts liest, diese Farbtabellen da. So, hellblau war links, also müsste das die erste Zeile sein. So, jetzt leuchtet die komplette Zeile. Dann müssen wir rot, insgesamt drei Stück. Drei. Rückwärts ausparken. Dann hellblau... Moment, dann gelb. Zwei. So, jetzt haben wir gelb zwei und dann unten in der letzten Zeile nochmal die beiden äußeren. So. Und jetzt? Also die Erwartungshaltung wäre, dass hier aufgeht, wenn wir richtig sind. Aber das war scheinbar nicht so. Ich dachte halt die beiden, dass dann die blauen Ecken alle an sind, dass das halt auch symmetrisch wäre. Aber dem ist dann scheinbar nicht so. Na gut, dann müssen wir eine andere Kombination versuchen. Das ist übrigens auch der Reset-Schalter. Das hatte ich schon panisch vor der Folge festgestellt, weil wenn man nochmal draufläuft, gehen die halt nicht nochmal aus. So, dann versuche ich jetzt einfach mal diese Zeile da ganz. Und lass mal dann dort die beiden blauen Ecken nehmen. Einmal. So viele Kombinationen gibt es ja jetzt da nicht. Obwohl, es sind doch einige. So, und dann muss ich kurz denken. So, das ist gelb. Boah, nee, dann müsste ich gelb dann hüpfen. Ich wollte jetzt eigentlich die gelbe Platte anmachen, aber das geht nicht wirklich, oder? Oder kann ich hier so schräg drüber? Wie auch immer. Moment, wir schauen mal runter. Nee, jetzt habe ich die hellblaue auch angemacht. Das wollte ich nicht. Nee, dann geht die Kombination gar nicht, die ich eigentlich haben wollte. Wend mal, wenn man das jetzt so betrachtet... ...müsste dann die nochmal vertauscht werden. Weil ich kann keine inneren erreichen. Okay, dann machen wir nochmal zurück. Ich bleibe bei meiner Theorie, dass diese komplett... Moment, bin ich jetzt überhaupt richtig orientiert? ...und hellblau, dunkelblau. Doch, dann ist das die letzte Zeile. Dann machen wir nochmal... ...diese beiden. Mann, das wird jetzt ein bisschen Rätselerei. Zack. Und dann machen wir nochmal... ...ah, rot sind die zwei. Doch, dann wäre das so, wie ich das vorher mal aufgeschrieben hatte, ...bevor ich an Reihenfolge gedacht hatte. Das war vielleicht dann das Richtige. Also die beiden roten... ...und die gelbe. So, Spiel, sagst du dazu irgendwas? Sehen wir das jetzt überhaupt auf der Karte? Ja. Hm. Ja gut, es gibt jetzt da noch einige Möglichkeiten. Ja, gib mir einfach mal drei Sekunden. Ich probiere hier noch ein bisschen rum. Ich hab's, ich hab's. Ich war noch schon kurz vorm Verzweifeln, ...weil nie diese verdammte Tür da hinten aufging. Okay, jetzt ist er auch nicht auf. Aber... ...gleich kommt der Trick. Ähm, das war das letztendliche Farbschema, ...was mich einige Nerven gekostet hat. Zumal ich beim... ...hin-und-her-Drehen der Farbkombination... ...Ähm... ...Dinge falsch interpretiert hatte. Und egal. Ich hab hier wild umher probiert. Und letzten Endes war die umgekehrte Variante... ...von meiner zweiten Variante mit euch... ...eigentlich die richtige. Man hätt's nur umdrehen müssen. Und ich hab ja auch zuerst mal gedacht, ...hier kann man den gelben... ...die gelbe Platte ja nicht erreichen. Aber wenn man die beiden roten entlangläuft, ...kann man hier auch auf die gelbe drücken. Ne? Als ich dann alle Kombinationen ohne die gelbe in der Mitte durch hatte, ...hatte ich dann mal andersrum probiert und nochmal andersrum. Und irgendwann hat's funktioniert. ...und das hat ein bisschen länger gedauert. So. Aber wir drücken jetzt gemeinsam diesen Knopf. Dann gehen die Platten nämlich wieder aus. Und da hinten ist aufgegangen. Und es sieht so aus, als würden... ...da Menschen stehen. Das sieht richtig nach Ärger aus. ...müssen wir gegen euch alle kämpfen? Oder reden wir? Hi. Aus den Nischen dieses Raumes kommen einige exakt gleich aussehende Gestalten ...und bewegen sich auf Joe und seine Gefährten zu. Ja, wir hatten ja schon mal gehört, dass die AI irgendwie verschiedene Kopien von sich hat, ne? Die AI-Körper. Nett verfügt also tatsächlich über ein ganzes Arsenal dieser Androiden. Ja, Tom, das hat man uns schon mal erzählt. Scharf-sinnig beobachtet, Triskill. Ich bin erstaunt, mit welcher Hartnäckigkeit sie gegen die Interessen der Filme und des Gemeinwohls vorgehen. Wie sie sich denken können, bin ich gezwungen, diesen Akt des Terrorismus mit aller Härte zu vereiteln. Die künstlichen Körper greifen an. Ach, nö. Okay, zwei Einser und die restlichen sind Zweier. Wird schon. Ich hatte zu kurz die Hoffnung gehabt, dass wir jetzt ein bisschen quatschen und dann alles gut ist, aber... ...ich habe gesagt, nein. Okay. Die konnten aber nicht so viel, die AI-Dinge. Ich habe ihm mal wieder seine Knarre nochmal nachgefüllt und deswegen darf er jetzt erst mal Pause machen. Jetzt erst mal gucken, dass die Zweier sich irgendwie mal Bescheid anbieten. Oh, Trisch, schon bewusstlos. Spiel, das ist jetzt nicht dein verdammter Ernst. Vor allem sind das da schon alle oder kommen da nochmal welche nach? Ich glaube, da kommen nochmal welche nach. Oh mein Gott. Geh du auch mal noch auf den. Sylvester Kämpfer. Aha. Äh, läuft richtig gut für uns, würde ich sagen. Ähm, okay. Ähm, Tom, du bist jetzt einsam an der Front. Äh, Trisch, gib mal bewusstloser Weise Tom mal bitte was zu trinken. Hi, Legsblechler. Okay. Ähm, können wir bitte einen von denen mal sterben lassen? Das fände ich cool. Mhm. Ah, ich glaube, wir laden da nochmal. Ich hätte vor allen Dingen auch, ähm, Harriots Magie-Göttin-Gedönse machen sollen. Okay, das war sehr ernüchternd. Ähm, ich muss mal kurz schauen, wie lange der erste Teil der Folge ging und daraus dann die Restzeit errechnen. Okay. Habe ich hier dann. So, Blick hoch, manipulieren. Und, ja, ich bin wieder auf die Platte getreten. Kann man das irgendwie vermeiden? Weil das war ja übel. Können wir vielleicht an denen vorbei sprinten und irgendwie die Hasen-Taktik machen? Wir versuchen das mal. Äh, ja, da kommen die... Ja, AI-Körper, das hatten wir. Ja. Nee, können wir nicht. Okay, Hase fällt aus. Aber vielleicht ist es so wie bei den Service-Robotern, dass wir jetzt einmal das Heftige haben, und dann danach nur noch einzeln kommen oder so. An dieser Hoffnung klammere ich mich gerade fest. Okay, also mach du dein Göttinengeraffel. Ihr beiden Hübschen geht auf den da. Du schlägst den da. Du knallst auf den da. Und du machst einen Blitzstrahl auf diese Zeile. Okay. So, Harriet muss hier Göttinengeraffel machen. Ja. Für die Zirubahn zerlegt. Und Göttin hat nichts gebracht. Okay. Na gut. Wird schon irgendwie. Okay. So, Moment, da sind zwei. Ja, Tom, geh du mal bitte auf den Einser. Joe, hilf ihm mal bitte. Und du machst nochmal die ganze Zeile. Und wir werden mal jetzt nicht geizen. Wir geben Tom was zu trinken. Harriet ist jetzt nicht so wichtig. Nee. Ich weiß nämlich nicht, wie viel von den Kämpfen wir noch machen müssen. Ähm, ja. Das wird schon. Ach du Kacke. Trö, nein. Ähm. Also, Göttinnen-Zeugs hat nicht geholfen. Und ich klammer mich an die Hoffnung, dass es so ist wie bei den Service-Robotern. Ähm. Dass die anderen einzeln kommen oder so. Ähm, Tom, geh mal mit auf den da. Eigentlich müsste er von Sioban noch weg. Oh mein Gott. Ja, Kunak hat uns verlassen. Das ist natürlich sehr bedauerlich. Mhm. Okay. Ähm. Harriet, meine Gute, wir benutzen mal deinen Feuerring da. Oder was hast du an magischen Gegenständen? Ja, mach mal so einen Feuerring da hin. Harriet, über... Naja, das mit dem Zauberwut dann nix mehr. Ja, Trö, dann... Du machst das schon, ne? Okay. Also. Okay, einer da noch umgelegt. Ja. Heiligsblechler. Mhm. Also einmal so durch die Gegend flitzen, hat nicht funktioniert. So, mach mal auf. Kann man die hier irgendwo deaktivieren? Scheinbar nicht. Ja gut, da sind drei in der Nische, zwei, einer. Der ist allein, zwei, einer. Da hinten sind es drei. Es gibt Hoffnung. Können wir auch zuerst mal hier... Ja, die AI-Körper und so weiter. Die zuerst mal wegräumen, so ein bisschen fürs Ego. Scheinbar, ja. Dann machen wir das mal, äh, wieviel... Das sind... Ein... Ne, zwei Einser, ein Zweier. Okay. Dann geht... Munitionen haben wir halt nicht mehr so viel. Das holen wir für den großen Kampf, solange soll er mit dem Ding da hantieren. So, Ziel ist, dass da erst mal der eine stirbt und du machst schon mal einen Blitzstrahl und empfängst dann mit die anderen. Er geht da hinten hin zu Harriet. Das war so nicht geplant. Okay, der ist tot. Das war ein Einser übrigens. Ich kann jetzt nicht Siobahn schon einen Heiltrank geben. Das geht nicht. Dann schaffen wir den Rest nicht. Harriet, heil du mal. Oder Zorn der Göttin. Wir probieren es nochmal, einfach um rauszufinden, ob es wirklich nicht geht oder ob es Pech war. So, du machst einen Blitzstrahl da hin. Ja, gut, das mit dem Blitzstrahl ruht nichts mehr, aber... Ne. Göttin geht gar nicht auf die. Okay, okay. So, ihr beiden macht bitte den Einser. Du gehst mit deinem Beilchen auf den da. Ich kann die jetzt nicht alle nochmal hochheilen. Das müssen jetzt die anderen irgendwie... Also eigentlich Trö und Tom vielleicht zu zweit schaffen oder so. Wir müssen den Kampf irgendwie überleben, Fersengeld geben, regenerieren und dann nochmal weiterkämpfen. Ähm, Partyanführung. Ja, Trö. Das könnte knapp werden. Okay, der ist tot. Ähm, so, Trö, du kriegst jetzt was zu trinken. Und du musst vor allen Dingen auch dich bewegen und zwar dahin. Ja, das war Harriet. So, Junge, ihr schafft das jetzt. Auch wenn's weh tut. Bringt den um. Tötet ihn. Go. So, und jetzt gibt's ihm, bitte. Killt ihn. Oh, Mann. Das kann richtig... Das wird richtig eng, wenn wir da jetzt nicht irgendwie die Biege machen können. Ja, jetzt ist er tot. Wir haben nochmal so ein großes Gewehr, aber das können höchstens Tom. Und... Naja, der Wissenschaftler war... Ähm... Wie hieß er nochmal? Unser Wissenschaftler, vergisst du es. Der Techniker ist Joe und Pilot ist Tom. Also, wir können auch nicht alle mit den Waffen ausstatten. Aber wir nehmen mal die große Wumme mit und natürlich die Munition. Dann haben wir jetzt zwei große Wummen und auch zwei Leute, die es tragen können. So, restliche Gegenstände verzichten. Ja. Ja, nee, da kommt direkt der nächste Fight. Das wird zu Onyx. Ja, das ist jetzt der große Fight. Moment, wenn... Wenn... Trir jetzt die Biege macht, vor allem wenn er es überlebt, kann man das dann so ausmanövrieren wie die Furcht-Monster? Ja, kann man. Fühlt sich irgendwie kacke an. Eine Tür. Es ist kein Öffnungsmechanismus zu erkennen. Die geht wahrscheinlich auf, wenn alle tot sind. Oder zumindestens die Hauptmacht tot ist. Ähm, okay. Dann nochmal laden. Mann, ist das übel. So, also du hast die Knarre an. Das ist auch die schwere Waffe und aktuell besitzen wir nur eine. So, das haben wir soweit gemacht. Na gut, hilft nix. Dann knöpfen wir uns mal wieder die Hauptstreitmacht vor. Und hoffen, dass wir den Rest dann ausmanövrieren können. Gibt's ja sonst noch irgendwas zu sehen. Von hier aus seh ich die Tür nicht. Was seh ich sie jetzt? Nee. Gibt's hier irgendwas zum dran rumschrauben? Okay, dann versuchen wir mal nochmal die Hauptstreitmacht. Oh mein Gott. Okay. Ähm. Jetzt habe ich dem Spiel irgendwas angetan. Ich glaube, ich habe zu schnell geklickt. Und das Spiel hat uns die Musik genommen. Und jetzt das Spiel abgestürzt. Kacke. Gebt mir mal. Nee, ich schicke euch in die Pause. Wir gehen in die Pause. Ich tue mal hier noch ein bisschen rumprobieren. Irgendwie eine Taktik kreieren. Und dann kann ich euch hoffentlich in der nächsten Folge stolz berichten, wie ich das Ganze irgendwie hinbekommen habe. Also bitte ganz fest die Daumen drücken. Bis gleich. Bis gleich.